Ist ein Treppenlift trotz steifem Bein sinnvoll und was gibt es zu beachten? Genau das erkläre ich Ihnen in diesem Video. Bleiben Sie dran! Zunächst einmal, ein steifes Bein kann viele Ursachen haben. Einige davon sind bleibender Natur, andere hingegen sind vorübergehend. Wie zum Beispiel nach Knieverletzungen mit anschließender Behandlung mit einer Orthese. Doch eins haben die vorangegangenen Ursachen gemeinsam. Alle haben die gleiche Problematik. Wie komme ich mit einem steifen Bein in einem Treppenlift? Und wie gestaltet sich die Fahrt? Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass ein Treppenlift in der Regel immer parallel zur Schiene fährt. Das heißt also, dass mit dem Rücken zur Wand oder Geländer gefahren wird. Solange man also seine Knie anwinkeln kann, stellt dies kein Hindernis dar. Doch Vorsicht! Sobald dies aber nicht mehr der Fall ist, ist es mit einem normalen Treppenlift nahezu unmöglich zu fahren. Die durchschnittliche Treppenbreite in Deutschland liegt bei ca. 80 cm. Und somit würde sich ein steifes Bein entweder im Geländer verfangen oder an der Wand entlang schleifen. Und das ist natürlich absolut kein Zustand. In den meisten Fällen ist das steife Bein viel zu lang und würde eine Fahrt grundsätzlich verhindern. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie ein Liftsystem auswählen, welches in der Lage ist, den Stuhl so zu programmieren, dass er sich nur vor oder während der Fahrt eindreht und nötigenfalls mit Ihnen rückwärts die Treppe hochfährt. Um genau abschätzen zu können, welcher Treppenlift für Sie und Ihre Wohnsituation am besten ist, schauen sich unsere erfahrenen Treppenliftberater gemeinsam mit Ihnen den Schienenverlauf genau an. So können Sie sicher sein, dass die Haltestellen optimal platziert sind und Sie genügend Platz haben beim Herausdrehen. Sie haben weitere Fragen zum Thema Treppenlift oder möchten unsere Treppenlifte in unserem Showroom einmal unverbindlich testen? Rufen Sie uns gerne an und lassen Sie sich unverbindlich beraten. So können Sie sicher sein, dass der Einbau Ihres neuen Treppenliftes sichergestellt ist. Nutzen Sie hierfür unser kostenloses Servicetelefon 0800 3 mal die 0 8 9 0 8 oder unser Kontaktformular auf unserer Webseite unter www.sonylift.de In der Infobox finden Sie weitere Informationen und unsere vollständigen Kontaktdaten. Vielen Dank!